Und wenn ich von Ganzheitlichkeit rede, dann gibt es dafür ein Vorbild und das sind die Gesetze der Natur. Wir haben uns entfernt von diesen inneren Kräften, die in uns drin stecken und haben uns viel mehr nach aussen begeben, in das Materielle. Das heisst, sie tun eigentlich etwas nur deswegen, damit sie die Existenz gesichert haben. Also das Oberste ist die Würde des Menschen und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Lebe jetzt, lebe das volle Leben, vertraue dich dem Leben an, geh ins Leben hinein mit vollem Herzen.